Hallo, mein Name ist Beate und ich bin Trainerin im TSV Spandau 1860. Ich möchte gerne mit euch heute ein bisschen Kraft und Beweglichkeit und ein bisschen Fitness machen. Ihr benötigt dazu ein kleines bisschen Equipment, ihr benötigt einen Stuhl oder einen Hocker und zwei Gewichte, Minimum, sagen wir mal, 0,5 Liter, gern auch mehr, ganz wie es beliebt. Ich mache ein bisschen Musik dazu an und dann legen wir los. Ja, und wir legen los. Einfach die Fersen heben und zenten und schön den Fuß abrollen. Arme bewegen sich mit. Ellbogen zieht nach hinten. Ja, stellt beide Füße auf den Boden und fangt schon mal langsam an zu federn. Hebt dabei ruhig die Fersen ein bisschen vom Boden ab. Arme schlucken wieder locker mit. Ja, wir vergrößern die Bewegung, indem wir durchschwingen. Beide Arme gegenläufig. Schön Atmung dabei. Ja, wir richten uns auf. Stellen uns auf den linken Fuß. Knie ist entspannt. Und schwingen. Und schwingen das rechte Bein und beide Arme. Erwartet euch nicht, wenn es wackelt. Und stellen uns auf den rechten Fuß. Wir das Knie leicht entspannen. Und schwingen das linke Bein und beide Arme. Und schwingen das rechte Bein. Und öffnen. Und schwingen. Und schwingen. Ups. Trainerin kippt von der Matte. Lösen. Auf den rechten Fuß. Auf den rechten Fuß. Arme wieder nach oben. Recht linkes Knie heben. Und öffnen schließen. Erlös. Aus. Und lösen. Gehen in die Grätsche. Räumen die Knie ein bisschen. Zehen nach außen. Und der Handelmann. Oder springen. Langsam muss es ein bisschen wärmer sein. Räumen. Kommen wir in den Schlussstand. Und schwingen mit den Armen durch. Nach oben. Und nach oben. Schön atmen dabei. Geht ruhig ein bisschen nach hinten. Meine andere Bewegung für die Wirbelseile. Ja. Und wir strecken den Rücken. Gehen nach vorn. Ziehen wir in den Nachhine. Und rollen uns wieder nach oben. Arme nach oben. Strecken den Rücken. Arme nach hinten. Und rollen uns. Noch einmal. Lange Rücken. Und. Ja. Und die Schultern. Heben und sinken. Puh. 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 Jawohl. Ziehen die Arme nach vorn. Die Handrücken aneinander. Puh. Puh. Und wir öffnen. Und schließen. Und öffnen. Und schließen. Und schließen. Wir bleiben aufgeregt. Und ließen. So. Wir gehen ein bisschen über Kreuz. Hand ans Knie. Immer in den Seitenschritt gehen. Jawohl. Wir bleiben in der Grätsche. Richten uns auf. Nehmen die Hände auf die Becken. Komm. Und jetzt von rechts nach hinten. Kopf bleibt oben. Kopf bleibt in der Mitte. Kopf bleibt oben. Ein Bein beugt. Ein Bein streckt. Jawohl. Bleiben in der Mitte. Beine sind leicht gestreckt. Beine sind leicht gestreckt. Und wir kreisen mit den Becken. Und ändern die Drehrichtung. Beine sind leicht gestreckt. So. Wir bleiben weiterhin in der Grätsche. Mal ein wenig schmaler. Und drehen uns locker in den Mund. Das hintere. Die hintere Fersen gehen. Die Arme sind locker. Die Arme fliegen. Und wir gucken nach hinten. Weiter. So. 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 If. Nei. Das ist mein Herz. Daher ist dein Herz. Das ist zieht nicht. Das ist dein Herz. Ein Herz. Das ist das. Komm langsam zur Mitte zurück. Nehmen die Hand. Gehen mit Bein an unsere Seite und ziehen. Und ziehen zur anderen Seite. Und ziehen. Und ziehen. Bleibt aufrecht. Geht nicht in die Rotation. Ziehen über das Ohr den langen Arm. Noch einmal jede Seite. Und lösen. Und wir gehen in die tiefen Kniebeugen. Ja, prima. Und mal ans Ende der Matte. Und machen Ausfallschritten nach vorn. Abwechseln rechtes Bein und linkes Bein. Zieht die Hände nach hinten. Stellt euch vor, dass ihr euch irgendwo abstreiftet. Dass ihr euch mal voll schiebt. Ja, und dann noch einmal mit dem rechten Bein nach vorne. Knie ist leicht gebeugt. Hintere Ferse heben. Und schiebt in den Mund. Jetzt die Ferse tief in den Mund schiebt. Tief in den Mund. Und lösen. Macht dasselbe noch einmal mit dem linken Bein. Nach vorne. Vorne das Knie ist gebeugt. Hinten ist gehoben. Und verschiedene Ferse. Und verschiebt in den Mund. Und lösen. Wir brauchen unseren Hocker. Und unsere Gewichte. Setzt euch aufrecht auf den Hocker. So dass nur eure Sitzbein Hocker auf den Hocker sind. Und hebt die entspannt gestreckten Arme nach oben. Und das. Ja. Die Ellbogen anlegen. Ellbogen seitens nach außen. Und wir heben. Und hin. Und hin. Schultern bleiben oben. Ja. Ellenbogen bleiben gewinkelt. Flaschen die Gewichte hier nach außen. Und nach oben. Schön aufrecht sitzen. Nicht zusammenfallen. Ja. Ich drehe mich mal zur Seite. Wir beugen die Ellenbogen an. 90 Grad. Und abwechselnd. Immer wieder nur bis 90 Grad. Und abwechselnd. Und abwechselnd. Und abwechselnd. Und abwechselnd. Jawohl. Ich drehe mich wieder zur Seite. Wir ziehen die Ellenbogen nach hinten. Und wir strecken die Arme nach hinten. Im Wechsel. Ellenbogen bleiben hinten. Rücken ist lang. Und abwechselnd. Und lösen. So. Die Gewichte können wir schon mal zur Seite stellen. Und wir rollen nach vorne an. Strecken die Hände. Strecken den Lacken. Und kommen nach oben. Räume nach vorne und verstrecken. Noch einmal. Und löst. Lassen die Arme hängen. Und gehen zur Seite. Und zur anderen Seite. Ganz langsam, ganz ruhig. Ja. Nehmen wir die Hände. Nehmen wir sie hinter den Kopf. Richten uns noch einmal extra auf. Atmen ein. Und gehen aus. Ausatmen zur Seite. Atmen ein. Und ausatmen zur Seite. Und jede Seite noch einmal. Und löst. Strecken das rechte Bein lang aus. Stellen das linke Bein entspannt daneben. Und gehen mit dem langen Rücken nach vorne. Wenn es optimal ist, kommen wir zum großen Zeh. Wenn nicht. Wenn nicht. Dann geht ihr eben bis zum Fußgelenk. Oder bis zur Wade. Oder bis zum Knie. 5, 4, 3, 2, 1, go. Und kommen langsam. Wieder nach hoch. Strecken das linke Bein. Rechts steht entspannt neben uns. Großer Zehzeug zur Nase. Wir gehen nach unten. Erreichen, wenn es gut läuft. Den großen Zeh. Und kommen langsam. Wieder nach oben. Haken. Das rechte Bein über das linke. Gehen mit der rechten Hand an die Wade. und drehen uns nach hinten. Nehmen den Blick mit nach hinten. Richten uns auf. Atmen in die Bewegung rein. 3, 2, 1, go. Und lösen die Hand aus. Haken das linke Bein über das rechte. Linke Hand an die Wade. Und wir gehen in die andere Drehung. Und lösen. Wir legen den rechten Fuß aufs linke Knie. Haken. Halten unseren Fuß fest. Unterarm locker aufs Knie. Und wir gehen nach vorn. Sobald es noch mal ein bisschen durchgehen. Auf geht. Und wir gehen. Und lösen. Legen den liten Fuß aufs rechte Knie. Halten den Fuß fest. Unterarm auf das Knie legen. und mit langen Rücken nach vorn. Und jetzt stellen wir uns mal auf unseren Stuhl. Hände sind auf dem Stuhl, ziehen die Bauchdäcke schön nach innen, Arme bleiben lang, einatmen und ausatmen. Machen wir einen kleinen Katzenbuckel. Und einatmen, ein kleines Rückenkreuz. Ausatmen, Katzenbuckel. Und einatmen, das kleine Rückenkreuz. Ausatmen, Katzenbuckel. Und das kleine Rückenkreuz. Noch einmal. Stell den Stuhl einfach zur Seite. Lassen wir uns nach unten abholen. Umkommen, entspannt nach unten. So. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen durchbewegt, ein bisschen gedehnt. Ich hoffe auch, dass es Spaß gemacht hat. Und verabschiede mich hiermit. Tschüss! Tschüss!